So ihr Lieben, der Akku ist gewechselt, es kann weitergehen in Farbe und Bild und Ton. Gewaltfrei, jugendfreundlich, guter Ton, kommt ran ans Mikrofon. Und ich erlaub mir mal einen Kommentar, als Teilnehmer finde ich ganz schön hohl. Instagram, keine Ahnung, also warum sollen wir euch folgen? Wer seid ihr? Hihi, Kicher, Kicher, ich muss ganz sagen, unterste Schublade, ganz schlechtes Niveau, ganz schlechte Performance. So, das Mikrofon ist offen, gewaltfrei, jugendfreundlich, geht's hier bitte weiter. Ich versuche es, manchmal, weil ich bin ja so aufgelistet. Ja, brauche ich.